So, soll ich diese frohe Kunde verteilen, dass wir vielleicht gerade mal bei der Hälfte der Strecke sind? Ach, das ist ja schon mal was. Ich finde das toll. Toll. Hab ich eigentlich noch irgendwas zu essen? Guck mal. Das Kabel ist zu kurz. Verdammt. Verdammt nicht. Wenn es gleich still wird. Morgen. Da kann ich ja was labern. Könnte ich. Dann habe ich mich erdrosselt. Oh ja. Passiert schon. Also ich möchte aber leugnen, dass ich der Grund war, dass ich mir ein Gedrosselt hat. Also erdrosselt, erdrosselt, scheiße. Gedrosselt bin ich schon was länger. Läuft nicht mehr ganz so schnell wie früher, ne? Oder? Hauptbahnhof. Nein. Nein. Mein Gott, ey, ich habe die Rollladen so halb hoch und was ich da draußen sehe, das... Eigentlich könnte ich die auch runter machen. Oh Mann. Hier ist mal ein scheiß Wetter. Da glaubst du ja nichts. Keine Ahnung, wie es bei euch in dem UDSSR ist, aber hier ist schlechtes Wetter. Ich habe die beiden Rolllös runter. Ich sehe nichts. Ich glaube, bei dir hat sich gerade irgendwas verabschiedet. War es bei mir? Ja, ja. Dieses Klüngbüng? Von der Windows-Hardware, wenn sich irgendwas aussteckt? Das kann bei dir gewesen sein. Also ich höre dich noch und du hörst mich noch scheinbar, ne? Ja, das ist an sich nicht schlecht, aber ich habe doch gar nichts eingesteckt, was ich verabschieden könnte und Klüngböhm macht. Ich habe doch nichts hier. Ah, ist doch nichts hier. Mein Lenkrad funktioniert auch noch, also, ja. Schade. Das ist hochinteressant. Äh, ich hoffe... Vielleicht war das das Niveau, was dich abgesteckt hat. Ah ja. Das hat sich vielleicht auch gedrosselt oder erdrosselt oder beides. Ich habe keine Lust mehr. Blum, blum. Fuck. Ich muss links rüber. Oh. Äh. So, fahren wir erstmal zum Golf in die Seite rein. Finde ich fair. Oh Gott, des Willens. Das raffe ich ja überhaupt nicht, wo ich hier lang muss. Deswegen schlage ich erstmal mit dem Mikrofon. Boah, diese Tafel Schokolade ist nur noch bis zum 31.12. diesen Jahres halt bei. Machst die besser auf und ess sie auf. Oh, da ist ja Schokolade drin. Nein, wie kommt es denn? Tatsächlich. So. Hm. Das sieht aber lecker aus. Om nam 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 nam. Ja, ja. So, auf jeden Fall. Nächste halte Stelle meins Hauptbahnhof und ich bin jetzt schon anderthalb Minuten zu spät. Also ich finde, das ist eine Glanzleistung von mir. Hier wo bist du? Wat? Nee, nochmal. Nächster Versuch. Ich höre diesmal auch zu. Okay. Super. Deswegen sage ich gleich nicht mehr. Nee, also ich bin jetzt fast am Hauptbahnhof und nur anderthalb Minuten zu spät. Glanzleistung, wie ich finde. Das ist ja gerade noch pünktlich. Ja, jetzt fahre ich diese Trecks Innenstadt hier. Und gegen Autos. Und gegen alles. Wo muss ich hin? Oh, hier ist grün. Hier ist grün. Hier ist grün. Ah, da lang. Kennst du dieses Gefühl, das erste Mal über den Dingsplatz hier, über den Falkenseerplatz in Spandau gefahren zu sein? Und um sie. Wo ist denn der? Na, dieses riesen Kreiselteil dort. Ach so, der. Sag das doch. Ja, ja, ja. Ja, so fühle ich mich gerade hier. Ich habe keinen Plan, wo es lang geht. Geht einfach nur Hilfspfeile und hinterher. Zum Glück gibt es die Hilfspfeile. Ich bin leider nicht der Mindscanner. Mind? Der wird auch nie alt. Mind, 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 mind. Wir hatten gerade ein kurzzeitiges Hoch von 930 Kilowatt die Sekunde. Okay. Kurzfristig, wie gesagt. Boah, es ist über 1000. Oh. 1,0 Megabyte. Oh, schon vorbei. Oh. Oh. So lässt dir eigentlich das Spiel hier runter, wenn du so klein wieder weg bist, oder? An dem Morgen fährst du, ne? Boah, fällt der scheiße. Oh, ich muss ja die Nacht noch irgendwas machen. Äh. Ich hatte, ich hatte den Plan gehabt, heute produktiv zu sein. Würdest du dir mir das zutrauen? Was? Ja, ne? Also an meinen Produktivitätslevel kommst du eh nicht ran. Ich habe innerhalb von zwei Wagen einen gesamten Beiwagen zusammengeflogen. Ja, ja, das passiert. Aber ansonsten bin ich natürlich auch sehr produktiv. Also ich bin immer produktiv. Das weiß noch keiner. Ne, selbst du nicht. Ja. Und die Kreativität, äh, die Produktivität höchstpersönlich auch nicht. Die hat sich nämlich sonst längst umgebracht. Ich kann dies leider nicht abstreiten. Ja, ich weiß. Aha, schon ist es wieder vorbei mit schnellem Download. Das ist doch. Ich habe es endlich, äh, an den Mainzer Hauptbahnhof geschafft. Also bist du jetzt schon mal, also zeig jetzt deine, dein Erstaunen drüber, so. Ah. Danke schön. Nein. Vielen Dank. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Diesmal war ich nicht schnell genug, um das Gespräch zu unterbrechen. So, genug geschämt. Ne. 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 Hat dir eigentlich das Klacken von meinem Stuhl wieder langsam auseinanderfällt? Ne, das ist richtig so, finde ich. Hörst du das echt? Nein. Gut, das ist ziemlich laut. Na doch, jetzt hör es. Nein. Da, ich habe keine, ich habe keine Anforderungen. Da. Ich stehe direkt vor der Ampel, kriege keine Anforderungen, aber es geht auf grün. Damit kann ich leben. Das könnte von der Rheinbahn betrieben worden sein. Hauptbahnhof West, Taubertsbergbad. Da haben sie ja neulich wieder eine Straßenbahn aus den Schienen gekickt, vor zwei Stunden oder so. Fanden sie ganz lustig. Okay. Wie läuft es eigentlich in Gerasheim mit dem Umbau? Ja, die haben ja noch gar nicht angefangen, oder? Oh Gott. Das ist doch jetzt erst ab Ende, erst ab Ende dieser Woche. Die sind ja schwach. Das ist so witzig, diese Griechenland-Geschichte inzwischen. Das ist nur noch lächerlich. Morgen. Was anderes erwartet? Nein. Okay. Kunstsammlung NRW über einem West-LW-Kunst. Zu Ferienbeginn drohen lange Warteschlangen an Flughafen. Wer hätte das gedacht? Niemand. Auch ich nicht. Und ich habe ja den Plan, ne? Hä? Keine falschen Urteile. Universität. Oh, ich habe Grün. Ich habe Grün. Juhu. Das ist schön. Und ich habe auch mal Hunger. Ausnahmsweise. Also ich habe ja nie Hunger, muss man sagen. Ich esse ja gerne nicht. Du bist nur am Essen. Niemals. Das stimmt gar nicht. Wieso raffe ich es eigentlich nicht, hier gleich schon in die ganz rechte Spur rüber zu fahren, weil ich dann so ganz recht rüber muss. Aber nein, das wäre zu einfach, finde ich. Das wäre alles zu einfach. Wir stehen 15 Endoskopas Unik, Diening. Hat ich dir hier schon mal die Geschichte mit dem Beamern erzählt? Ja. Okay, schade. Ja. Ich weiß nicht, ob man die ja ganz so spreaden darf, aber du kennst ja die Geschichte mit dem Beamern, die ist super. Ja, die ist auch nett, aber naja. Irgendwie findet man da noch ein Netz gar nichts drüber, dass sie da wieder ein Unterrat und Such entgleist haben lassen. Mensch, Mensch, Mensch. Wie haben sie das eigentlich geschafft? Ja, das war wahrscheinlich wieder so ein Wandel des Kackfass, was dann halt kaputt gegangen ist und dann dachte sie sich, ich habe keine Lust mehr und die Biegel gemacht hat. Ich habe einen Unfall gebaut. Oh no. Na ja, passiert. Kommt öfters vor, muss ich sagen. Ja. Und ich... Ach, du hast einen Stress. Bist du immer langsam fertig? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Immer muss ich diesen Scheiß ja mitmachen. So sieht es für mich aus. Guten Morgen. So. Ne, also, ich... Äh, ihr... So, äh... Braucht noch ein wenig. Mein Name ist, äh... Edmund Stoiber. Wenn er nicht Rollstuhl-Göbel ist. Na, wer weiß, wen ich meine. Niemand, natürlich. Niemand. Friedrich von Pfeifferweg. Hängt auch mit Sch an. Scheibele. Nein. Nein. Doch. Der war ja früher mal Innenminister. Bevor er angefangen hat, Zahlen zu schubsen. Lups. Au. Wir dürfen auf die Schnellstraße fahren. Und 80 fahren. Yeah. Party. Ach, guck an. Der Darius hat was gespucht. Zu Comments und Chicago Downtown. Der Dario ist ja auch busy. Ja, wahrscheinlich schon. Mit den ganzen Support-Threads. Threads. Threads. Du musst ja auf die Aussprache ein bisschen nachdenken. Nein, das heißt übrigens Fred. Fred. Ja. Fred. Immer dieser Fred. Ja, dieser Fred. Geht doch. Naja. Steckst du nicht drin? Nee. Friedrich von Pfeifferweg. Pfeiffer mit 3 F. Mensch doch. Ja. Wo wir überall rumkommen. Das ist doch nur logisch. Ja. Äh, logisch. Weil logisch schreibt man auch mit 2G. Okay, okay, okay. Nee, da hat Kai nichts mit am Hut. Da hat nichts mit am Hut. Mhm. Okay. Hätte ja sein können. Mhm. Nee. Nee. Nee, eigentlich nicht. Ah, wo muss ich lagen? Hilfe. Ah, ach, scheiße. Hm. Meine Reaktionszeit auf nahende Schilder ist leider etwas gering. Hm, hm, hm. Was sagst du dazu mit deinem, äh, vollen Mund? Hey. Sauerei ist das. Naja, ich hoffe ja nicht. Und ich hoffe... Ach, du bist doch blöd. Und ich hoffe, du machst dir auch wirklich Sauerei. Hm, hm. Ich bin nur ein bisschen Schokolade am Lutschen, weil ich nicht drauf rumkauen kann. Das wird ja knatschen. Ja. Ja, ich hab Hunger. Naja, und mir sagen, ich bin nur am Essen. Ja, bist ja auch. Ah, stimmt. Ja, siehst du, hätten wir halt auch geklärt. Jo. Boah, wenn der Scheiße fährt, der ist ja unglaublich. Wie schön. Ja. Ich hab irgendwie das Gefühl, uns sind die Themen ausgegangen. Kann das sein? Also ich kann dir auf jeden Fall gerade sagen, dass einer hier gemengelt hat, boah, fährt der Scheiße. Und ich finde, das ist auf dich bezogen. Ach, Hochschule. Muss ja. Muss ja. Weil es kommt ja sonst niemand in Frage, der gemeint sein könnte. Nein, das stimmt, ja, absolut. Also ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, je war es schlecht gefahren zu sein. Und du, äh, pff, ei, ei, ei. Also da wär ich mir aber nicht so sicher. Ja, wie schade. Tja, ich hab ja jetzt neulich so ein Logo in der Taskleiste gehabt. Get Windows 10. Nein. Das fand ich schnell zu ihr Ort. Und hab dann irgendwann rausgefunden, indem ich das Update wieder installiere, werde ich es wieder los. Aber. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hier wirklich Get Windows 10 soll. Na, das ist ja auch so lustig, wenn du auf diesen Button klickst und dann sagst, ja, hier, Get Windows 10, ich will es unbedingt haben. Dann wirst du benachrichtigt, wenn der Download verfügbar ist. Ist das nicht toll? Ja, das ist fantastisch. Ja, und im Endeffekt wird das dann irgendwann gegen Oktober sein. Und dann irgendwann, ja, ganz spät kommt ja noch das Betriebssystem endlich auch mal raus, ja. Und ich glaube, das wäre wieder ein Windows, was man holen kann. Ja, ich weiß es ja eben nicht. Also es gibt auf jeden Fall mal sinnvolle Neuerungen, wie zum Beispiel hier die mehreren Desktops und so weiter. Ja, aber das Problem ist, ich habe ja jetzt zweimal Windows 7 Ultimate, weil ich ja eigentlich von einem Rechner auf den anderen Rechner zugreifen möchte. So. Das ist ja an sich das Erste an der Geschichte. Das Zweite ist, was passiert jetzt, wenn ich... Also beide Rechner hätten Windows 10 haben können. Ich muss doch bei den Rechnern dieses Update wieder deinstallieren. Ähm. Was passiert jetzt aber, wenn das in eine Buchse geht und ich zum Beispiel an einem Rechner jetzt ein Stück Hardware tauschen muss? Weil das ist ja Hardware gekoppelt, das Betriebssystem. Drei Seilweg. Gell? Nö, nicht mehr. Wie, nicht mehr? Wird man das hier nicht mehr? Keine Ahnung, ob ich denn nur die coolen Versionen hatte, aber mittlerweile nö. Hm. Hm, hm, hm. Also bei XP-Zeiten war das noch so, ja. Ja, Windows 10 auch wieder. Ich google das jetzt. Hardware gebunden. Das wird schon vorgeschlagen. Hier ist die Windows 10 Lizenz Hardware gebunden. Das gucken wir mal. Und da war er weg. Das dauert eine Weile, ne? Was? Ja, ich muss ja erst mal lesen und das dauert. Ja. Vor der Frecht. Wir hatten ja festgestellt, dass ich nicht lesen kann und Julian dann leider scheinbar auch nicht. Doch, aber ich lese immer Buchstaben für Buchstaben. T-H-E-B-U-R-E-A-U-X-C-O-M. Und dann google ich das. Aha, geil. Was mir das vorles. Ach so, hier, Google Translator, ne? Yes, 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 yes. Da hat man deine Kopfhörer hier als Mikrofon. Heh, besser nicht. Ach, das ist stressig. Sagte ich das schon, alles ist heutzutage stressig. Stress, 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 Stress. Oh nein. Ich kann ja nicht mal in Ruhe Schokolade nämlich reinschrauben. Weil du dann kommst und willst, dass ich rede. Ich wollte gerade sagen, du, ich wollte eigentlich hier ganz in Ruhe fahren und dann bist du dabei, ne? Das ist ja... Merk schon, das ist eine klassische Fail-Fail-Situation. Oh ja. Ich bin empört. Ich bin Florian. Zum Glück. Oh, der Download ist wieder abgekackt. Oh nein. Oh doch. Also was sagen die Prognosen? Bin ich eher da, als der Download fertig ist? Deniziv. Okay. Rauchen werde ich wahrscheinlich auch so eine Viertelstunde. Ah, ich wollte gerade fragen, wie weit es noch ist. Und ob ich mir jetzt schon mal eine Schokolade reinziehen kann? Oder ich muss überlebe, wenn ich noch warte? Du wolltest ja danach noch jemand anrufen und du wolltest ihn wahrscheinlich nicht schmatzen und anrufen, oder? Ja, ja, ja. Ich habe Hunger. Aha. Ich habe immer Hunger.